Ja, hallochen Popilchen. Willkommen zurück zu Haus mit Teddy. Hallo. Das muss ich glaube ich nicht immer sagen, weil wir werden erst das Folgen zusammen machen. Hurra. Hurra. So. 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 Okay. Da sind wir wieder. Die sind auch Blaubeeren gewachsen. Ich weiß nicht ob du noch. Ja. Dann kannst du mal welche holen. Wenn du Hunger hast. Ich hab wieder Durst. Ja. Ich muss aber hier mal das Fleisch wegkriegen von dem Reh. Sonst. Ja. Sonst verdirbt das. Ja genau. Und dafür ist das. Dafür hab ich extra das Reh gedrückt. Das wär zu schade. 1A Qualität. Ja ne. So. Ich hab mal Wasser aufgesetzt. Oh. Weil wir müssen mal ein zweites Strandwack bauen. Ja. Ich glaub auch. Mach ich jetzt mal. Warte. Ähm. Ich möchte gern. Das ist dein. Uta hat grad das Fleisch gegessen. Oh. Oh. Ist ja nicht schlimm. Ich hab's noch genug. Ja ich hab auch noch. Warte. Ich leg von mir drauf. Jetzt hab ich grad da eins draufgelegt und dann. Fehlt noch. Fehlt noch. Ah. Fehlt noch was. Ich hab nicht mehr. Fehlt denn noch? Äh. Ich glaub zwei Steine. Was hab ich hier so durch in der Hand. Ah. Mir fliegt ein Vogel hier auf dir. Hä? Nee. Warte. 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 Nee. Irgendwas anderes muss fehlen. Nee. Ist richtig. Ist in zwei Steine. Was hat denn jetzt? Hä? Ja. Ich hab doch gedrückt und ich hab. Ich hab Steine voll. So. Ich hab dir was draufgelegt. Ah so. Danke. Habt ihr ja grad weggefuttert ausgesehen. Ach. Ist ja nicht schlimm. Wer noch genug. Du Dieb. Kommt jetzt. Nein. So. Ich hab mir auch mit Lizard Skin ein bisschen Rüstung gemacht. Ich hab ja Knochenrüstung und Lizard Skin. Das heißt egal. Und ich hab noch meine Maske. Moment. Äh. Ja. Sino. Du bist es. Ja. Hi. Hallo Freunde. Ich bin ähm. Keine Ahnung. Ich bin der Manfred. Ronk. Das hat die einfach. Das hat die einfach Ronk. Ja. Ja. Die so. Was? Nein. Zumindest siehst du so aus. Ja. Du auch. Das wundert mich. Weil normalerweise bist du ja der Mexikaner. Oder einer von uns beiden. Ich meine. Für uns ist ja umso besser. Ich wollte jetzt nicht der. Der Drogenbealer da sein. Der mit den fettigen Haaren. Nein. Warte. Da kommt ein Vogel. Ah. Der ist echt nicht so. Ich hab grad wie du dem hinterher rennst. Vogel. Voll. Wir hören das nochmal bei Bambi. Ja. Bambi. Voll. Ich voll. Vogel. Ihr hab's doch gesagt. Hat sich das so komisch einmal. Nein. Nein. Das ist kein Bambi du Dumpfbacke. Wieso? Jo. Jo. Was die Bambi. Vogel. Ah. Ich bin hier im eingeborenen Dorf. Brauchst du Hilfe? Ne. Ist noch keiner da. Ist noch ruhig. Ja. Aber das wird sich glaube ich gleich sehr schnell ändern. Ich geh nochmal die Koffer auf. Nein. Ah. Ich muss nochmal nach der Kaninchenfalle gucken. Fällt mir grad ein. Ja. Nachgeguckt. Ah. Wir vergessen das immer. Und dann. Ja. Das ist halt immer. Ah. Komm mal. Wir gehen mal dahin. Um uns zu viel zu entdecken hier. Uh. So. Ja. Hä. Kommt hier nicht rein. Was ist das hier? Ah. Jetzt. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt auf der Seite. Wir sind noch fast fertig. Ja. Wir fehlen jetzt noch ein paar Stöcke. Ich glaube aber nicht mehr viele. Ja. Wir fehlen. Ähm. Ich komm mal zu dir. Ich komm mal zu dir. Ja. 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 Ich komm mal zu dir. Das wär super. Super duper. Super duper. Super duper. Super duper. All die vor allem. Was? Prozent Anteil die Hörer was ist hier los ich weiß nicht das ist ich meine sind wir ja mittlerweile gewohnt voneinander nach so vielen Jahren als ob wir schon so 60 Jahre ja so hat gehört das ist ja immer wieder ein toller Tag hier immer wieder schön zum Spielen jetzt ist es falsch los, schwimmen wir auch mal ja aber vergesst nicht zum Kaffee zu kommen ja ja und danach schön packen da musst du aber die Windel anziehen ja genau oh ich fände das jetzt nicht auf unser oh Gott sei Dank ich dachte gerade schon und so hat man dann jetzt schon wieder keine Ausdauer das ist doch nicht mehr normal ich muss mich wieder baden ja ja voll so ich zeige dir mal mit die Omi ein Holz ein Holz ein Baum fällt ja pass mal auf so oh das war der Günther Entschuldigung Günther das war das jetzt schluss jetzt schluss blöse �� boah ich komme nicht mehr durch hallo 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 ich habe stehen Co bumm hallo so wie brauchen wir noch ich habe 20 Stück er wird er die über Schatzalei Okay Okay Oh Eins ist hier runter noch gefallen Oh, jetzt ist er nicht runtergefallen Ja, ich hole es gerade Ich lauf gerade den Baumschirm hinterher So Ich habe es Wui Sehr gut Unsere Festungen Wir können ja auch so Fallen mal bauen Wenn die Uhr ein Donner kommt Ich glaube, hier ist nicht so viel los Ich glaube, das müssten wir eher da oben hin bauen Ja Genau Ich glaube, da könnten wir es eher gebrochen Wieso, wie viele? 24 noch Äh Das schaffen wir Natürlich Geil, kein Problem Jetzt, äh Reset bekommen Nein, hä, was ist das denn? Ich denn jetzt nichts mehr? Das kann doch nicht sein Kannst du noch einen Lizard nehmen? Hast du noch einen Platz für einen Lizard in deiner Tasche? Äh Ja Ich glaube, ja Ja Ich kann ihn nicht mehr aufnehmen Ich hab den eben noch gekillt, um Leistung zu kriegen Ja Das Was war das denn? Ja Was war das? Ich habe einen Baum gefällt Ja Dann sehe ich nur, der fällt gar nicht um Ich sehe noch die Baumkrone und hinter mir sind zwei Baumschwimmen Okay Ja Ich bin voll erschrocken Creepy Ja So, ich bin unterwegs Ich eile, ich lege Oh, ich hab jetzt Durst im real life Robin Wir können ja auch eben schon die Aloe vera holen Dann können wir jetzt aber so trinken und Pass auf, jetzt kommt er mit der Aloe vera wieder Ja, ist Flüssigkeit Ja 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 Ich hoffe nicht Nein So, warte, 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 warte Hinten ist noch ein Baumstamm So, wo, hast du den Lizard Skin oder was so? Ich bin jetzt grad hinten Äh, da oben, da oben, vor dem Tor ungefähr Vor dem Tor? Also hier, hier musst du zu mir kommen Da Hier Ah ja Nimm mal den mit Äh Ja Robin, holst du was zu trinken? Bitte Ja, kannst du mir, da ist ja auch ein Limo drin In der Limo mitbringen Bitte Komm schon Hm? Hm Also ich weiß nicht, was es ist, aber Jetzt grad wieder den Lusch, kannst du ja mal, wenn du willst, die Aufnahme mal angucken Ist da in der Felswand stecken geblieben? Ich hab ihn kaputt gekillt und ich hab nichts bekommen Mal wieder Voll Geil So Baum, ey Ja 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 Ja, dann geh jetzt einfach schnell Da aus der Hand gefallen Ja, ja So flüssig der Baumstamm, siehst du mal Hm? Viele Baumstämmer haben wir jetzt, äh, mussten wir jetzt fällen Äh, weiter, weiter Ich kann jetzt gucken, ne? Äh, 15 Noch Ne, ich mein jetzt, wieviel wir insgesamt hier hatten War bestimmt 200 oder so Äh, ich mein 800 Baumstamm War das nicht 98? Ne, das war das Haus Ah ja, warte Ja Warte, ich guck mal nach Jetzt kann man hier nachgucken Noch irgendein Baumstamm Was war das denn nochmal? Jetzt muss man was kaufen War das Costume Walls? Ne, ne? Ne Hä? Ey, ich müsste das doch irgendwo auch sehen können Ach, Defensive Walls Keine Ahnung Hier brauchen wir jetzt nur noch einen Ja Sehr cool Warte Ich hab grad was cooles gefunden, ne? Warte Diesen Pavillon da Den find ich geil Ja, der ist natürlich auch Hammer 60 Sticks und Plus 30, ähm Locks Au So Da lasst du mir wieder norsch Die Fallen locken Das gibt's doch nicht Das? Über diesen scheiß Leuchel Ich hau da schon drauf Und so mit Ich hab da Manchmal, gut Ich treffe halt oft nicht, aber Weil diese schnell sind Dann musst du mit dem, äh Mit diesem Stick Dingern da Ach, ich glaub hier läuft einer An der Falle vorbei Wofür hab ich die Falle nicht aufgestellt? Er hat sich weggespawnt Ich hatte schon einmal gepiegt Ist hier eigentlich aktiviert hier die Falle? Ja Achter, ich glaub Könnte jetzt sein, dass da ein Kaninchen Ich glaub Oh, die rennen genau daneben, ey Jetzt müssen wir hier immer mehrere hinbauen Ja Warte mal, ich baue noch eins hier vorne hin Wo brauchst du so viele? Ach, hier kommt ein Häschen Warte Ich baue hier noch eins hin Ähm Ja Okay Warte Oh, falsch Warte, ich will das kurz bauen Ich seh Ich seh So, dann nochmal Okay Ich lock jetzt nochmal eins nach oben Ja Kanninchen Wer jetzt durch die Falle läuft Weiß ich nicht Oh ne, hier ist ein Lorsch drin Echt? Ja Cool Der hat ihn sogar noch Hier, Jacqueline, hol ihn dir Warte Ich hab grad was geguckt, aber ich finde es was nicht Ach, Mann Ich weiß nicht, wie lange der da drin bleibt Man müsste da mit dem Speer draufhauen, weil ich weiß nicht wie das sonst funktionieren soll Ja, ich glaub, das kann man auch nur umschwer machen Hey, Lorsch No Ist er jetzt tot? Ne Aber wie oft soll ich hier noch drauf pieksen? So Okay 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 So Fleisch mitnehmen Okay Haben So Ähm So Ich muss den auch reparieren hier Ja Sehr gut Hast du eigentlich so nen Repair Hammer? Nein Wie macht man den eigentlich nochmal? Äh, wie wär das nochmal? Äh, ich glaub man braucht jetzt Pfff Muss ich gucken Warte, ich kann auch nachgucken Warte Ich bin grad sowieso da drin Okay Äh, Repair Tool Zwei Sticks Warte Einen Stein Warte Zwei Sticks Einen Stein Bei äh, Klamotten Also Too Close Ja Und Trecept Zehn Davon Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 sechs Fälle Und einmal Seil Ja Kannst du mal ne Fanta mit Wollst doch mal Ja, du wollst doch auch auf Grodanach Wieso? Nein, bitte nicht Ich Oh, boah Wolls Wünsche clean ist auch aufnehmen Hahahaha Tja, das war der Robin Applaus, wuhh ja, alle mal applaudieren hier, wuhu! Ja, am besten mal Rob mit seinem... BING! Ja! Er ist so ein richtiger Insider jetzt! Jep! Herrlich! Herrlich! Oh, ist schon wieder was hier drin? Oh, hier ist schon wieder ein Lizard drin! Krass! Was ist denn los hier? Ja, sollte ein Kaninchen sein! Aber ich kann den Lizard nicht nehmen, weil ich voll bin! Nein, nehme ich den! So! Du kannst den auch nicht nehmen! Ah, wie geil! Ah, warte, warte! Dann... Ah, wir müssen uns so ein Ding noch bauen! Ich geh mal so ein Ding bauen! Hinten! Muss ich's nicht reparieren, oder was? Hä? Was? Ich hab da reingehauen, jetzt musste ich das aber nicht reparieren irgendwie, komischerweise! Und der Lizard liegt noch hier! Ja, ich kann ihn ja nicht aufnehmen! Ich glaube, ich brauche noch ein neues Drain-Rag! Ja, das wollte ich grad bauen! Hier neben den anderen! Ja, genau! Gleich hier neben der Bude hier! So! Ich will kurz suchen! Davon können wir auf jeden Fall nicht genug haben, glaube ich! Ja! Ja! Mal drehen! Ein bisschen nach... So! 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 Ist fertig! Und es hängt schon was dran! So! So! Ich hab nämlich ganz viel! Ist schon wieder fast voll! So! Oh! Können wir den anderen Durstuch dranhängen! Ich geh grad mal das Ding an hier voll! Ja! Nix! Neues Tor zu! Hä? Wo ist es denn jetzt hin? Ich will die Tür zu machen! Und schnell haute dagegen! Was ist denn da los? So! Vor allem die Tür! Das Tor! So! Ich hab mittlerweile zwölf Federn! Cool! Aber ich hab keine Sticks mehr! Jetzt kann ich mir keinen! Ähm! So! Ähm! Small Cabinets! Ähm! Small Cabinets! Explosive Folder! Was ist das nochmal? Wie heißt das? Explosive Folder! Was war das nochmal? Nein! Ich muss jetzt mal gucken! Reap and Wreck! War das nicht irgendwie für mehrere Sachen aufzuhängen? Nicht nur eine Stange, sondern mehrere Stangen! War das nicht das? Hier! Reap and Wreck? Ja! Ich glaub Reap and Wreck war das nicht für äh... Für Skins? Ah ne! Skin Wreck! Ne! Ich weiß es grad ja nicht! Was ist denn nochmal Weapon? Ich meine aber schon! Oder eh ne! Sind das Waffen? Weapon? Sind das Waffen? Nee! Nicht? Nee! Es interessiert mich aber jetzt! Komm das baue ich jetzt mal! Es interessiert mich jetzt! Ah es wird wieder dunkel! Fuck! Ja! Hier kann uns ja eigentlich nichts passieren! Soll ich mal so ein Skin Wreck? Ja! Kannst du machen! Basteln! Wo mach ich das denn hin? Mach ich das hier ans Haus? Ja ne! Ja! Warte mal! Warte mal! Ich baue das auch glaub ich drinnen! C! Oh shit! Ich wollte das noch mehr! Das ist voll blöd! Ja! Ja! Ist echt so! Ich krieg dir nämlich alle grad an den Bulda da! Davon jetzt einfach ein paar! Ich geh noch ein paar! Aber ich muss mal Feuerzeug raus holen! Ich seh nix! Scheinlich kriegen wir gleich wieder Besuch! Ich weiß es nicht! Was hat der denn gerade? Ja mein Freund! Der lacht so! Ich muss dann auch mal lachen! Oder so! Haha! Nein! Ah! Nein! Ne! Der dachte immer so! Ich kann dich nachmachen! Ne! Das hört sich irgendwie im Mikro anders an! Irgendwie so ein Mädchen! Oder so! Das hat sich erst mal gelacht! Nein! Ich hab auch gelacht! Ich hab auch gelacht gleichzeitig! Aber! Vielleicht hab ich dich dann gehört! Ja! Das kann sein! Aber er lacht dann auch immer so lustig! Und dann muss ich einfach lachen! Haha! Man kann nix dagegen machen! Das geht nicht! Ja! Ich kenn das! Robinek kann ja auch lachen! Äh! Das ist... Dann läuft der noch extra so komisch! Haha! Okay! Ah! Hier ist schon wieder was drin gewesen! Oder hier... Na! Hier ist schon wieder ein Lizard! Ah! Ich guck gerade nach Sticks! Aber ich find keinen! Mal wieder! Hm! Ah! Es sind Sterne im Himmel! Oh ja! So cool! Wie schön! Hier sieht man auch die Bühne! Die Berge! Wenn man von draußen... Von draußen guckt! Oh! Passen für morgen zum Valentinstag! Rind! Aber war ja morgens Valentinstag! Ja! Ja! Irgendwie schenken wir uns sowieso nie was! Nee! Das haben wir im ersten Jahr gemacht! Ja! Ganz selten, dass wir uns so was schenken! Weil Valentinstag ist so... Ja! Mein Gott! Na! Weiß manche... Ich weiß gar nicht wer das denn überhaupt so richtig feiert! Also wir nicht! Nee! Wir auch nicht! Aber hier sind schon wieder keine Sticks hier! Dann krieg ich die Pampanellen! Weil wenn man jetzt so einen Tag hat, wo man es angekommen ist, dann übernimmt man vielleicht was oder so oder sonst... Ja! Oh! Hier sind keine Sticks! Was ist denn hier? Dies ist doch Kogi! Die ist am Baumstamm! Wir draußen gucken! Wir draußen sind noch mal ein paar! Ja! Ich bin ja schon draußen auf der anderen Seite! Aber... Habt ihr sie schon aufgelaufen? Ah! Hier ist ein Sick! Hey! Sollen wir dann schlafen gehen? Ja! Sofort! Ah! Hier sind fast nix vom Poer! Alles klar! So! Ich weiße! Ich kann den Blizzard nicht nehmen! Kannst du den noch nehmen? Und bei... Da in dem Grindrack aufhängen? Ich äh... Kann den nicht nehmen! Wo hast du den denn? Ja! Der ist hier runtergekullert! Hier! Da! Ah! Kannst du den noch nehmen? Ja! Ich kann den noch nehmen! Stimmt! Ich hab ja die anderen gerade eben alle aufgehangen! Schon wieder fast voll! Ah! Ich mach die Vorsicht selber mal zu! Hallo! Kann man nämlich schlafen? Weil ich werd ja mich jetzt nicht noch was essen! Ich hab zwar Hunger! Aber... Ja! Dann hast du ja am nächsten Morgen gedacht! Wenn ich jetzt genau... Eben! Das ist das Blöde nämlich! Äh... Dann sammeln wir morgen weiter! Ja! Da sehen wir auch wieder mehr! Genau! Weicher wieder! So! Ich hab auch gespeichert! Und schlafen gehen! Okay! Okay! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Genau! So! Neuer Tag! Neues Glück! So! Jetzt erst mal schön was futtern! Wie konntest du noch was dran machen? Ich weiß noch, als ich das am Anfang nicht gespielt hatte, ne? Ich kam gar nicht klar hier mit der... mit der Maus und so! Die anfangs die ganze Zeit so so... Wo muss ich denn jetzt hingucken hier? Oh! Okay! Ja, ist... Wenn man am Anfang nie gespielt hat und dann irgendwie was mit Tastaturs spielt, das ist dann schon ein bisschen... Ja! Aber ich bin's ja schon gewöhnt! Ja, ja, genau! Konnt ich aber früher auch nicht! Ich hab das früher ja... Äh, jetzt ganz frisch angefangen, ja quasi! Ja... Also, unser Vorrat an Fleisch ist schon viel! Also, ist fast voll... Ist alles voll! Also... Ja, eigentlich brauchen wir gar nichts mehr, ne? Ne! Oh, ich muss was essen! Ja, muss ich auch! Obwohl du's grad sagst! Ja! Mach Feuer an! Ah, schön! Und ich muss... Baden! Ich geh mal kurz tauchen! Mach kurz! Oh, hier ist grad voll dunkel hier drin! Ich hab uns beiden ein Stück Fleisch auf den Weg gelegt! Ich hab schon gegessen! Achso! Okay! Hiiii! So, jetzt bin ich wieder sauber! Ich muss mir noch, ähm... Da ist noch nix drin! So! Okay! Ach nee! Weißt du, was es ist? Was? Was ich gebaut hab? Du hattest recht! Es ist echt für Waffen! Ah, siehste! Du kannst da Sachen ablegen! Was? Okay! Ich hab mich da so nix dran erinnert! Deswegen dachte ich so... Stimmt! Davon! So! Dann ess ich mal was! Ein bisschen schnabulieren! Ich glaub, das war nicht mehr so gut! Ich glaub, das ist auf jeden Fall gut, wenn du mal eine verloren hast! Und da dann direkt... Ja! Aber normalerweise verliert man die ja nicht, oder? Ich glaube nicht, ne? Dein Wasser... Dein Wasser ist fertig! Oh, ja! Ich freu's mir nicht weiter! So, was können wir denn noch Schönes bauen? Ich muss erst mal gucken, dass wir unser Ding hier fertig kriegen! Ja! Ja, diesen Zaun, ne? Meinst du? Ach, verdammt! Falsches! Ist denn das hier schon kaputt? Ja, das ist jetzt fertig! Ich glaub, die sind jetzt wieder alle repariert, also auf der Seite hier sind wir fertig! Ja! Wir alle weg hier! Unbedingt noch ein Regeln! Leider! Ja! Wieso? Wieso? Wie viel... Wie viel... Was braucht man nochmal für so'n, ähm... Stickbeutel? Ähm... Stickbeutel? Moment! Weil der steht hier irgendwo nicht drin! Stickhole... War das nicht... Also auf jeden Fall zwei Refilme, das weiß ich! Ja, genau! Wir müssen noch hier jagen! Armenviecher! Hm... Geh nochmal hier den Wasserfall da runter! Vielleicht sind da mehr Sticks! Ja! Hier find ich grad gar keine mehr! Ja, alles abgerodet! Irgendwie hab ich das Gefühl, da wächst aber nicht mehr nach! Wird wahrscheinlich was dauern! Ja! Ich find's grad auch nicht auf die Schnelle! Hm... Ich muss schon mal in Ruhe gucken! Juhu! Ich nehm auch wieder lange auf, kann das sein? Hm? Wir nehmen schon wieder zu lange auf, kann das sein? Jetzt sollen wir grad... sonst kommen wir zu mir runter und dann machen wir grad Pause! Ja! Und dann machen wir grad Folgenende! Genau! Sonst wird das hier zu lang! Au! So! Wie viel brauchen wir jetzt noch? Hast du was zu trinken geholt? Nein! Okay! So! Irgendwo bist du? Ich hab sowas! Hier unten! Hier unten! Dann kommst du dir! Warte! Nee, du kannst ja da oben bleiben und dann so voll der spektakuläre... spektakuläre Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.